Hallo zusammen. Wenn man ein Fahrzeug konstruiert, dann muss man schon daran denken, wie das am Ende der Lebensdauer aussehen soll. Unser Fahrzeug ist so konstruiert, dass man es in Baugruppen zurückzuerlegen kann, die einzelnen Outarbeiten und wieder neu zusammensetzen, eben wieder zu einem Fahrzeug. Ich zeige euch hier anhand dieser Anhängerkupplung. Diese Anhängerkupplung besteht aus verschiedenen Einzelteilen und jeder von diesen Einzelteilen ist wechselbar. Das heisst, wenn das mal eine gewisse Zeit alt ist, dann kann ich nur den Schleissteil, das ist bei uns im Fall der Bügel hier oben ersetzen, und ich habe wieder ein gut funktionierendes Produkt. So ist eben das ganze Fahrzeug aufgebaut und somit können wir das Fahrzeug möglichst lange verwenden. Auch am Ende des Lebens können wir es wieder aufarbeiten zu einem neuen Fahrzeug. Zu diesem Thema haben wir am 4. September einen Kongress, den Circular Economy Kongress. Hier sind wir in der Second Life Aufarbeitung. Vorher haben wir die neue Anhängerkupplung gesehen. Das ist jetzt die gleiche Anhängerkupplung nach sieben Jahren Gebrauch. Wenn ich mir diese anschauen, dann hat sie hier ein wenig mehr Spiel bekommen. Von der Toleranz muss sie noch genau überprüft werden. Aber sonst kann sie nach wenig aufarbeiten, auseinandernehmen, sauber putzen, wieder zusammensetzen, neu justieren, kann sie wieder verwendet werden. So wird das gleiche Teil wieder zum gleichen Teil und eins zu eins wieder und wieder verwendet. Eine geschickte Konstruktion lässt das zu. Das machen wir auch zum Beispiel beim Chassis. Darum haben wir es eben extra auf Stahl. Stahl ist sehr einfach zu bearbeiten. Das kann man auch wenn es nach sieben Jahren wieder zurückkommt, kann man es wieder gut entrosten, wieder den Lackaufbau neu machen, allenfalls ausbessert, was es braucht und kann auch die Chassis wieder verwenden. So können wir aus diesen alten Fahrzeugen, die fast 30'000 km im Härten Posteinsatz hinter sich haben, wieder praktisch neuwertige Fahrzeuge machen, die man hier bei uns mit zwei Jahren Garantie wieder kaufen kann. Alle Verschleißteile sind ausgewechselt. Die Funktion ist genau gleich wie ein Neuwertungsfahrzeug. Und aus allem Material, das man wirklich nicht mehr brauchen kann, macht unser Künstler, der Raphael Diener, einen schönen Stuhl oder einen Untersetzer für Blumen und Kleinwaren. Die Leselampe. Das Kästchen. Das schöne Karussell für Kinder. Das ist alles eine Massnahme, um den Materialfluss zu optimieren und möglichst wenig Material endgültig zu entsorgen.